Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du Instagram-Stories erstellst und gebe dir dabei auch noch so ein paar Geheimtipps, damit das Ergebnis so wird wie bei den Profis. Wie immer, einfach erklärt, das ist der Plan. Auf geht's! So, eine neue Runde. Es ist wieder Montag. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute gibt es mal wieder ein Tutorial für alle, die noch recht neu mit Instagram sind und noch nicht so genau wissen, wie sie Instagram nutzen. Und wenn du Instagram schon länger nutzt und auch schon länger Storys erstellst, dann bist du hier trotzdem genau richtig. Denn ich zeige dir zum einen, wie das in Instagram funktioniert, wie du eigene Storys erstellst und zum anderen verrate ich dir auch an allen Stellen noch so ein paar Tipps. Wenn du jetzt also denkst, oh, ich weiß genau, wie das geht, ich nehme meine Story da auf, das wird schon alles klappen. Ich bin mal gespannt, ob für dich nicht doch auch noch die ein oder andere Info mit dabei ist, die du noch nicht wusstest. Und vorab noch eine ganz, ganz wichtige Info. Ich werde dir jetzt gleich meinen Bildschirm hier zeigen. Also wir gucken uns das Ganze zusammen in meiner App-Ansicht an. Es kann jetzt sein, dass deine App ein bisschen anders aussieht. Das liegt daran, dass es für Smartphones verschiedene Betriebssysteme gibt und dass Instagram auch die App immer schrittweise updatet. Also wenn es ein neues Update gibt, dann wird das oftmals nicht für alle ausgerollt. Es kann also sein, dass du eine Funktion hast, die ich nicht habe und dass ich vielleicht auch eine Funktion habe, die du nicht hast. Wenn es also so ein paar Unterschiede gibt, dann ist das ganz normal. Was da hilft, ist zum einen immer ein Update. Also schau mal, ob es eine neuere Version von deiner App gibt. Und ansonsten kann man da leider nichts gegen tun. Aber überwiegend der Großteil der Funktionen wird auf jeden Fall gleich sein. Und die wirst du auch, egal ob du mit einem iPhone oder mit einem Android-Smartphone unterwegs bist, definitiv nutzen können. Und bevor wir loslegen, habe ich noch eine Bitte an dich. Es hat sich gezeigt, die meisten, die Videos bei YouTube schauen, vergessen oftmals zu liken, zu kommentieren und auch ein Abo dazulassen. Und das ist für uns, die Videos erstellen, aber extrem wichtig. Deswegen, wenn dir das Video hier gefällt und wenn du mich hier unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und meinen Kanal abonnierst. Nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Und damit legen wir direkt los. Ich zeige dir hier mal meinen Bildschirm. Über das Plus im Profil kannst du hier deine Story starten und landest dann an der Stelle hier. Und hier oben findest du jetzt Entwürfe. Ich zeige dir nachher noch, wie du Storys in deinen Entwürfen speicherst. Daneben findest du Musik, hast hier Zugriff zur Musikdatenbank von Instagram und kannst damit auch Storys direkt zu Musik zum Beispiel aufnehmen. Achte bei Musik immer darauf, dass du nur Sounds verwendest, die du auch wirklich nutzen darfst. Da macht es nämlich einen großen Unterschied, ob du Instagram für kommerzielle Zwecke nutzt oder ob du privat auf Instagram unterwegs bist. Daneben findest du noch Du bist dran Vorlagen. Also Vorlagen, die andere Creator in der App erstellt haben, die du auch ganz einfach in deiner Story nutzen kannst. Da hast du hier eine riesengroße Auswahl. Und wenn du dann hier eine Vorlage aussuchst, dann landest du auch wieder in deiner Kamera und kannst eine passende Story zu der Vorlage aufnehmen. Oder über das Plus hier oben kannst du auch eine eigene Story mit einer eigenen Vorlage erstellen. Hier oben über das X geht es wieder zurück. Da findest du dann hier die Option Auswählen. Damit kannst du mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig zu deiner Story hinzufügen. Wenn du das aktiviert hast, kannst du hier mehrere Dateien aus deiner Mediathek auswählen. Und hierüber landest du jetzt in deiner Kamera. Da hast du dann hier unten nochmal die Auswahl. Möchtest du einen Beitrag, eine Story in Reel posten oder vielleicht auch live gehen? Hier unten kannst du die Kameras wechseln, also zwischen der Front- und der Rückkamera. Hier oben über das X kannst du die Kamera wieder verlassen. An der Stelle findest du den Blitz. Den kannst du ausschalten, anschalten oder auf Automatisch setzen. In dieser Ecke hier findest du weitere Einstellungen. Da gibt es Einstellungen zu Stories, Reels und Live-Formaten. Und hier gibt es auch noch die Option Standardmäßig Frontkamera verwenden. Wenn du regelmäßig Stories aufnimmst, wo du so in die Kamera sprichst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, diese Einstellung zu aktivieren. Standardmäßig Frontkamera verwenden. Das kannst du hier einmal auswählen oder auch deaktivieren. Darunter findest du noch Einstellungen zu den Kameratools. Da kannst du jetzt entscheiden, ob die Kamerafunktionen an der linken oder an der rechten Leiste angezeigt werden sollen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, wie du auch dein Smartphone nutzt und in welcher Hand du dein Smartphone nutzt. Und darunter findest du noch die Einstellungen zu Aufnahmen, Zugriff erlauben, Instagram gestatten, Stories und Beiträge vorzuschlagen, sowie Reels-Vorschläge aus Fotos und Videos aus deinem Gerät vorzubereiten und dabei Daten zu verwenden, etwa bezüglich der Bildqualität, dem Standort oder Personen und Tieren, die darauf zu sehen sind. Also an der Stelle, wenn du hier den Zugriff erlaubst, dann kann Instagram dort auf deine Medien zugreifen und daraus auch neuen Content erstellen. Wenn du das nicht möchtest, das ist am Ende so ein bisschen auch eine Datenschutzfrage, dann kannst du das Ganze hier deaktivieren. Und über weitere Infos landest du auf einer Seite mit noch mehr Details dazu, was eigentlich dort genau mit passiert. Über Fertig landen wir wieder an der Stelle hier. Da gibt es hier oben dann diese Buchstaben. Darüber landest du in dieser Ansicht und kannst jetzt Stories mit Text, der auf einem farbigen Hintergrund platziert wird, erstellen. Hier unten wählst du die jeweilige Farbe aus. Hier in der Mitte kannst du jetzt reintippen und deinen Text eingeben. Wie die Texteingabe funktioniert, das zeige ich dir gleich noch. Den Text kannst du dann hier platzieren und hast so sehr, sehr schnell eine Story mit Text erstellt. Außerdem gibt es hier auch noch verschiedene Text-Story-Funktionen, wie zum Beispiel diese Shoutouts. Da kannst du zum Beispiel einer Person zum Geburtstag gratulieren. Hier findest du das Add. Darüber kannst du jetzt eine Person verlinken. Oder über die Würfel hier oben findest du noch andere Optionen, beziehungsweise andere, so eine Art Vorlagen für Shoutout-Stories. Daneben findest du die GIFs. Darüber kannst du Stories mit so einem GIF-Hintergrund erstellen. Über die Suchleiste kannst du hier ganz einfach Giphy-Inhalte hinzufügen. Und hier unten findest du noch an diesem Tag. Darüber zeigt Instagram dir Inhalte an, die du an diesem Tag zum Beispiel vor einem Jahr gepostet hast. Und die kannst du dann ganz einfach nochmal in deiner Story teilen und hier unten auch wieder den Hintergrund anpassen. Hier an der Stelle sind wir jetzt wieder in der Story-Kamera. Da findest du an der Seite noch den Boomerang. Darüber kannst du so einen klassischen Boomerang-Effekt erstellen. Wenn du eine Funktion ausgewählt hast, dann siehst du, dass die hier auch immer so markiert ist. Und über das kleine schwarze X kannst du die auch wieder abwählen. Darunter findest du noch das Layout. Darüber kannst du jetzt hier das Raster ändern und Stories mit so verschiedenen Layouts erstellen. Dazu wählst du über Raster ändern Layout aus und kannst dann hier unten die Aufnahme starten. Wenn du die Aufnahme wieder stoppst, dann wechselst du automatisch in das nächste Fenster und kannst da die Aufnahme starten, sodass du am Ende so ein schönes Layout für deine Story erstellst. Und jetzt kommen wir auch schon zum ersten Geheimtipp. Das ist eine Instagram-Funktion, mit der du viel besser deine Videos in der App aufnehmen kannst. Die gibt es schon ewig und trotzdem kennen ganz viele die nicht. Und dich nervt das bestimmt auch, dass du hier an der Stelle während der Aufnahme immer deinen Finger auf dem Aufnahme-Button gedrückt halten musst. Und das musst du nicht mehr machen, wenn du einfach hier an der Seite freihändig auswählst. Dann kannst du diesen Aufnahme-Button einmal drücken, kannst dich frei bewegen, kannst deine Hände frei bewegen und kannst das Ganze dann am Ende auch wieder stoppen. Und hier unten in der Leiste findest du jetzt noch verschiedene Effekte, die du schon in der Story-Kamera nutzen kannst und so über deine Story drüberlegen kannst. Da findest du hier eine riesengroße Auswahl. Es geht aber da unten auch noch weiter und zwar findest du hier ganz am Ende die Suchlupe. Auch das ist ein Tipp, den viele nicht kennen. Wenn dir die Effekte, die es da unten so gibt, nicht gefallen, dann wisch einfach ganz ans Ende. Dort findest du die Suchlupe. Wenn du da einmal drauf tippst, landest du in dieser Ansicht. Und hier hast du jetzt ganz, ganz viele verschiedene Effekte zur Auswahl. Kannst dort die Effekte antippen, schauen, ob sie dir gefallen. Wenn dir ein Effekt gefällt und du möchtest den später nochmal verwenden und möchtest ihn nicht verlieren, dann kannst du hier einfach auf dieses Icon drücken. Dann wird das Ganze in deinen Favoriten gespeichert und dann findest du diesen Effekt auch hier an der Stelle wieder. Ansonsten hast du hier auch eine Suchlupe. Darüber kannst du auch nach verschiedenen Effekten suchen, zum Beispiel nach so einem Zoom-Effekt oder über Face zum Beispiel nach verschiedenen solchen Gesichtseffekten. Da kannst du dich hier auf jeden Fall so ein bisschen austoben und findest dort ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wenn du jetzt so einen Effekt ausgewählt hast, dann hast du manchmal auch noch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Effekten in dem Effekt zu wechseln. Wie bei dem hier, wenn ich jetzt hier drauf tippe, dann bekomme ich nochmal eine andere Variante von dem Effekt. Und wenn ich jetzt feststelle, der gefällt mir eigentlich gar nicht, dann kann ich den Effekt auch entweder hier unten zu Favoriten hinzufügen für später oder hier über das X ganz einfach wieder entfernen. Und das hier unten ist der Aufnahme-Button. Darüber startest du deine Aufnahme und die läuft dann, solange du den gedrückt hältst. Und hier zeige ich dir auch noch einen Geheimtipp. Du kannst nämlich einfach deinen Daumen nach oben schieben und kannst dann währenddessen mit deinem Daumen so einen Zoom-Effekt mit einbauen. Sobald du deine Story fertig aufgenommen hast, landest du automatisch an der Stelle hier. Das ist jetzt also die Oberfläche, wo du die Videoaufnahme von gerade nochmal weiter bearbeiten kannst. Hier findest du jetzt verschiedene Optionen. Hier oben findest du dieses Lautsprecher-Icon, darüber kannst du den Ton an- und ausschalten. Also bei der Videoaufnahme wurde ja auch der Ton mit aufgezeichnet und wenn du nicht möchtest, dass der nachher in deiner Story landet, dann kannst du das hier oben ganz einfach muten. Daneben findest du die Buchstaben und darüber landest du in deinem Textwerkzeug. Hier gibst du jetzt zuallererst deinen Text ein, kannst hier an der Seite die Größe von deinem Text verändern, kannst hier unten noch verschiedene Einstellungen anwählen. Zuallererst wählen wir die Schriftart aus. Dann hast du hier oben verschiedene Schriftarten zur Auswahl. Daneben findest du die Farbe. Auch dann hast du hier oben wieder verschiedene Farbmöglichkeiten zur Auswahl. Du kannst aus den Farben, die du hier findest, auswählen oder du kannst mit dieser Pipette hier Farben aus deiner Aufnahme nutzen. Es gibt in Instagram noch viel mehr Farben als die, die dir hier an der Stelle angezeigt werden. Und wenn du die nutzen möchtest, dann musst du ganz einfach lange auf eine der Farben draufdrücken. Daneben findest du noch Animationen. Du kannst den Text also wie von so einer Schreibmaschine einblenden lassen oder es gibt diesen Aufploppen-Effekt oder diesen Hüpfen-Effekt. Ganz wichtig, achte an der Stelle immer darauf, dass du nicht mit zu vielen Effekten dafür sorgst, dass man den Text am Ende nicht mehr lesen kann. Und ich sehe das ganz, ganz häufig, dass viele ihre Texte in der Insta-Story überanimieren und am Ende liest sich dann niemand mehr den Text durch. Also geh mit solchen Animationen immer sparsam um, denn wenn du Texte platzierst, dann sollen die ja am Ende auch gelesen werden, beziehungsweise es soll auch einfach sein, die zu lesen. Und daneben gibt es noch weitere Animationen. Da hast du zum Beispiel hier die Möglichkeit, so einen Glitzer-Effekt anzuwenden oder diesen Neon-Effekt. Es gibt noch Schimmer und es gibt diesen Pixel-Effekt. Daneben kannst du jetzt noch entscheiden, ob der Text rechtsbündig, zentriert oder linksbündig angezeigt werden soll. Und daneben hast du noch Optionen für den Hintergrund. Du kannst den Text nämlich ohne Hintergrund nutzen oder auch mit so einem Hintergrund. Wenn du alles so angepasst hast, wie du es haben willst, bestätigst du das Ganze hier oben mit Fertig und kannst deinen Text dann hier an die richtige Stelle ziehen. Außerdem kannst du den Text noch größer und kleiner ziehen. Und wenn du den Text doch wieder loswerden möchtest, dann findest du hier unten den Papierkorb. Und wenn wir gerade schon bei Texten und Farben in der Story sind, dann will ich jetzt noch einen weiteren Geheimtipp mit dir teilen. Wenn du Personen und Standorte in der Instagram-Story verlinkst, dann hast du hier ja nur verschiedene Sticker-Designs zur Auswahl. Und ich zeige dir jetzt einen ganz einfachen Trick, wie du diese Sticker in deiner eigenen Brandfarbe einfärbst. Dazu wählst du hier oben die Schrift aus, findest dann hier Erwähnen oder Standort, suchst dir den passenden Standort aus und kannst dann hier über die Farben eine passende Farbe aussuchen. Und über Fertig landest du jetzt wieder in dieser Ansicht und kannst die Sticker noch weiter anpassen. Wenn du jetzt hier an der Stelle nochmal auf den Sticker drauf tippst, dann ändert sich nochmal so ein bisschen das Design von dem Sticker. Und über den Papierkorb lässt du den Sticker ganz einfach wieder verschwinden. Und an der Stelle habe ich auch noch einen ganz, ganz wichtigen Trick für dich. Hör auf, deine Texte in Instagram mühsam über die Tastatur einzugeben. Das kostet einfach viel zu viel Zeit und jetzt mal ehrlich. Da vertippt man sich gerne mal und dann ist man auch schnell super genervt. Deswegen lass stattdessen Instagram lieber den Text für dich tippen. Das geht ganz einfach. Dazu öffnest du zum Beispiel in der Story hier oben die Schrift und kannst dann deinen Text einsprechen, hier über dieses Icon. Hier an der Stelle findest du jetzt die Sticker. Da hast du jetzt verschiedene Sticker zur Auswahl. Zum Beispiel den Standortsticker. Darüber kannst du den Ort, wo du gerade bist, markieren. Der erscheint dann hier. Wenn du auf den Sticker drauf tippst, hast du nochmal verschiedene Designs zur Auswahl. Oder hier unten kannst du den auch wieder über den Papierkorb verschwinden lassen. Genau gleich funktioniert auch der Erwähnungssticker. Dann gibt es noch den Musiksticker. Darüber kannst du Musik zu deiner Story hinzufügen. Du findest hier oben eine Suche und hast hier unten ganz viele Songs zur Auswahl. An der Stelle ist es ganz, ganz wichtig, dass du bitte nur Sounds verwendest, die du auch verwenden darfst. Denn nur weil dir Songs hier zur Verfügung stehen, heißt das noch lange nicht, dass du die alle auch nutzen darfst. Dann gibt es noch den Fotosticker. Darüber kannst du jetzt Bilder in deine Story einfügen. Über Fotos landest du in deiner Mediathek. Hier wählst du jetzt ein Foto aus. Das wird dann hier eingefügt. Und wenn du jetzt auf das Foto drauf tippst, dann bekommst du dort nochmal verschiedene Optionen, wie das Ganze dargestellt wird. Als Herz, als Stern oder halt hier mit den spitzen Ecken beziehungsweise mit den runden Ecken. Das kannst du jetzt auch nochmal zurechtschieben, wie du es haben möchtest. Und auch an die passende Stelle schieben. An der Stelle hast du jetzt das Foto und den Text und die liegen übereinander. Wenn du jetzt aber den Text nach vorne holen möchtest, also du möchtest, dass man den Text lesen kann und dass der auf dem Foto liegt, dann musst du einfach lange auf das Bild draufdrücken und hast dann hier die Möglichkeit, die Reihenfolge der einzelnen Elemente zu ändern. Das Ganze kannst du immer wieder machen. Wenn dich das nervt, dass es immer wieder zurückspringt, dann kannst du dort auch drauf tippen und das Ganze über das Schloss an der Stelle einmal fixieren. Über GIF landest du in dieser Suche und kannst solche Sticker hier zu deiner Story hinzufügen. Über Du bist dran kannst du so eine Du bist dran Story erstellen. Hier findest du den Du bist dran Sticker. Da kannst du jetzt einen Aufruf eingeben, zum Beispiel das erste Foto des Tages. Und dann teilst du mit diesem Sticker dein erstes Foto des Tages und andere können dann darauf reagieren mit ihrem ersten Foto des Tages. Außerdem hast du hier unten noch die Würfel und bekommst darüber so ein paar Optionen angezeigt, wenn du gerade keine Idee hast für so einen Du bist dran Sticker. Über Polaroid kannst du jetzt ein Foto aus deiner Mediathek auswählen und deine Community sieht dann nur so ein Polaroid. Und erst wenn man das Smartphone schüttelt, dann wird dieses komplette Bild angezeigt. Über den Enthüllen-Sticker kannst du eine komplette Story verstecken. Also dann wird die Story so geblurrt angezeigt und erst wenn die Person, die die Story sieht, dir eine Nachricht schreibt, wird die komplette Story sichtbar. Außerdem gibt es hier noch den Du bist dran Musik Sticker. Es gibt noch den Fragen Sticker. Da kannst du hier dann eine Frage eingeben, die deine Community beantworten soll. Diesen Sticker kannst du für solche Q&A Sessions nutzen. Du kannst über den Fragen Sticker deine Community dazu aufrufen, dir Fragen zu stellen. Die können sie dann hier eintippen. Du bekommst dann diese ganzen Fragen angezeigt und kannst dann einzelne Fragen auswählen und darauf dann auch in der eigenen Story antworten. Und das hier ist ein ganz, ganz wichtiger Sticker. Benachrichtigung aktivieren. Mit dem Sticker rufst du deine Community dazu auf, dass sie die Glocke in deinem Profil aktivieren sollen. Und das wiederum führt dazu, dass dein Content genau an diejenigen einfach besser ausgespielt wird. Hier gibt es jetzt noch die Du bist dran Vorlagen. Das ist auch eine spannende Funktion. Darüber kannst du entweder eigene Vorlagen erstellen oder hier unten über die Würfel Vorlagen nutzen, die es schon gibt. Das heißt, dann bekommst du hier so ein Vorlagen-Layout in deine Story. Über Weiter bestätigst du das Ganze, sagst nochmal Weiter. Und jetzt füllst du hier die Vorlage aus. Und auch da können dann andere über Du bist dran ganz einfach die gleiche Vorlage nutzen und die auch ausfüllen. Das hier ist der Umfrage-Sticker. Da stellst du hier oben eine Frage, gibst hier unten verschiedene Optionen ein, die ausgewählt werden können. Und kannst dann damit ganz einfach so eine Umfrage machen. Über den Emoji-Sticker kannst du ganz einfach verschiedene Emojis auswählen. Und da kann deine Community dann drauf tippen und darüber auf deine Story reagieren. So bekommst du auch Feedback von deiner Community, ohne dass deine Community sich groß bemühen muss. Das hier ist der Channel-Sticker. Darüber kannst du deine Community auffordern, deinem Channel beizutreten. Das heißt, hier bekommst du jetzt deinen Broadcast-Channel angezeigt. Wählst den aus und dann hast du diesen Sticker, den du hier in deiner Story platzieren kannst. Das ist was, was ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag nutzen würde, was man aber immer mal wieder so zwischendrin platzieren kann. Hierüber kannst du auch so ein Stimmungsbild und eine Reaktion von deiner Community einfangen. Hast da auch die Möglichkeit, aus verschiedenen Emojis auszuwählen noch eine Frage hinzuzufügen. Und die können dann über den Schieberegler darauf reagieren. Wenn du Hashtags in der Instagram-Story nutzt, dann passiert was, was du auf gar keinen Fall möchtest. Du bist jetzt hier in der Story, öffnest die Sticker, wählst hier Hashtag aus, gibst ein Hashtag ein, findest noch eine passende Position in deiner Story für den Hashtag und dann passiert das. Du führst all diejenigen, die sich deine Story anschauen, direkt zum Content von deiner Konkurrenz. Also an der Stelle kann ich dir nur sagen, ich würde dir komplett davon abraten, Hashtags in der Instagram-Story zu verwenden. Die bringen dir aktuell an der Stelle wirklich gar nichts. Und es gibt auch viele, die Hashtags als Stilmittel in der Insta-Story verwenden. Und auch davon würde ich dir abraten. Denn so ein Text im Hashtag, gerade wenn es auch mehrere Wörter sind, die aneinandergehangen sind, kann man einfach auch nicht besonders gut lesen. Also Hashtags in der Story würde ich auf jeden Fall vermeiden. Und ich habe auch schon mal ein Video gemacht mit weiteren Fehlern in der Instagram-Story, die ich auf jeden Fall vermeiden würde. Auch das verlinke ich dir gerne nochmal oben in der Ecke. Schau da auf jeden Fall auch nochmal rein. Und wenn wir gerade schon an der Stelle sind, wenn dir das Video bis dahin schon gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über deinen Support. Mit einem Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst, nicht vergessen auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Und damit wechseln wir wieder die Ansicht und machen direkt an der Stelle hier weiter. Hier kannst du jetzt noch einen Link einfügen. Dazu gibst du hier den Link ein. Und über Stickertext personalisieren kannst du jetzt eine Call to Action eingeben, die am Ende auf dem Link-Sticker auch angezeigt wird. Das heißt, das, was du bei Stickertext personalisieren eingibst, steht dann hier auch in diesem Link-Sticker. Das ist ganz, ganz wichtig, damit auch viele auf den Sticker draufklicken. Denn bei solchen Stickern ist es so, das kennst du wahrscheinlich von dir selber auch, du klickst nur drauf, wenn du zum einen weißt, was sich dahinter versteckt und wenn du zum anderen auch einen Grund hast, drauf zu klicken. Also wenn du das Ziel erreichen möchtest, was sich dahinter versteckt. Und deswegen solltest du, wenn du solche Link-Sticker verwendest, auch immer ganz klar und deutlich machen, was dein Gegenüber dort bekommt und was sich hinter dem Link versteckt. Und hier gibt es jetzt noch den Spenden-Sticker. Außerdem kannst du hier noch Produkte hinzufügen. Du kannst Essen bestellen lassen. Und es gibt noch diesen Countdown-Sticker. Wenn du jetzt zum Beispiel in ein paar Tagen zu einer gewissen Uhrzeit ein Produkt launchst, dann kannst du hier einen Countdown starten, gibst den Launch-Termin dort ein und diejenigen, die deine Story sehen, können sich dann diesen Termin damit auch speichern und werden dann daran erinnert. Das war jetzt erstmal eine Übersicht über die Sticker, die auf den ersten Blick verfügbar sind. Aber auch hier zeige ich dir wieder einen Trick, denn manchmal gibt es da noch mehr Sticker. Wenn du nämlich jetzt hier den Untertitel-Sticker nicht findest, dann würde ich dir empfehlen, einfach einmal hier oben auf die Suche drauf zu tippen und dann bekommst du da auch nochmal weitere Sticker angezeigt. Die meisten dieser Sticker haben wir uns schon angeschaut und hier gibt es jetzt aber auch noch den Untertitel-Sticker. Und der Untertitel-Sticker wandelt jetzt die Wörter, die du aussprichst, in Text um und baut diesen Untertitel automatisch in deine Story mit ein. Da kannst du an der Stelle jetzt hier noch dieses Schriftdesign so ein bisschen anpassen und wenn du auf den Untertitel drauf tippst, kannst du auch den Text von dem Untertitel nochmal anpassen, überfertig das Ganze bestätigen und den Untertitel dann auch noch an die Position schieben, wo du ihn haben möchtest. Also das Feature ist da so ein bisschen versteckt. Wenn da jetzt ein Sticker dabei war, den du noch nicht hast oder vielleicht hast du auch Sticker, die ich hier noch nicht sehe, dann liegt das daran, dass Instagram die App immer weiterentwickelt. Und manche Sticker sind einfach auch nicht für alle verfügbar, manche sind noch nicht für alle ausgerollt. Schau immer mal wieder nach, ob es ein Update für die App gibt und ansonsten musst du dich an der Stelle leider einfach ein bisschen gedulden. Und wir gehen nochmal zurück in diese Ansicht. Da gibt es nämlich hier oben in der Ecke noch die drei Punkte, wo sich weitere Funktionen hinter verstecken. Hier findest du jetzt zum einen Effekte. Da hast du nochmal Zugriff auf verschiedene Effekte, die du über deine Story drüberlegen kannst. Darunter findest du das Zeichnen-Werkzeug. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, weil damit kannst du zum einen hier oben einen Stift auswählen und dann in deiner Story zeichnen. Du kannst darüber aber auch über diesen Pfeil einzelne Dinge in deiner Story zeigen, denn so zeichnest du ganz einfach Pfeile. Außerdem gibt es hier noch zum Beispiel diesen Marker. Das sind quasi unterschiedliche Stifte, mit denen du hier zeichnen kannst. Es gibt auch da noch einen Trick. Wenn du jetzt einen einfarbigen Hintergrund brauchst, dann nimmst du einfach diesen ersten Stift, wählst dir hier unten eine Farbe aus und drückst dann lange auf den Hintergrund. Und dann wird der komplette Hintergrund in dieser Farbe eingefärbt. Da kannst du übrigens auch wieder lange auf eine Farbe draufdrücken und hast dann hier wieder die Auswahl aus allen Farben. Außerdem findest du hier oben noch die Option KI kennzeichnen. Wenn du realistisch aussehende Inhalte, die mit KI generiert wurden, hier als Story postest, dann musst du das an der Stelle einmal kennzeichnen. Da gibt es hier auch noch weitere Infos zu. Das Ganze kannst du hier einmal anhaken und damit bekommt deine Story dieses KI-Label. Und hier an der Stelle kannst du deine Story auch ganz einfach speichern. Du kannst Instagram-Stories auch als Entwurf speichern und die dann erst später veröffentlichen. Wenn du dir jetzt viel Mühe gegeben hast, du hast Zeit in so eine Story reingesteckt und möchtest sie dann in dem Moment aber noch nicht posten, möchtest die aber auch nicht für immer verlieren, dann kannst du die ganz einfach als Entwurf sichern. Deine Entwürfe findest du, wenn du in deinem Profil bist, über das Plus hier Story auswählst, an der Stelle hier. Und um so eine Story als Entwurf zu speichern, musst du die einmal hier an der Stelle fertigstellen und anstatt die dann zu posten, findest du hier oben das X und bekommst die Option, die Story als Entwurf zu speichern. Wenn du die Story direkt mit deiner Community teilen möchtest, dann kannst du das hierüber tun. Hierüber kannst du die Story mit engen Freunden teilen und über den File bekommst du eigentlich nochmal alle einzelnen Optionen aufgelistet. Also du kannst es in deiner Story teilen mit engen Freunden oder hierüber auch nochmal im Messenger ganz gezielt mit ausgewählten Kontakten. Über Teilen wird das Ganze dann veröffentlicht. Und damit hoffe ich, dass ich dir mit dem Tutorial ein bisschen helfen konnte und dass für dich auch ein paar neue und ein paar spannende Infos dabei waren. Wenn das so ist, dann schreib gerne mal in die Kommentare, was für dich neu war. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, deine Stories zu erstellen. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächsten Montag hier wiedersehen. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.